Das freiwillige soziale Schuljahr bietet dir eine Möglichkeit, dich während des Schuljahres ehrenamtlich zu engagieren. Hierfür betätigst du dich während deines Schuljahres für zwei Stunden in der Woche ehrenamtlich. Ich habe dieses Jahr meine FSSJ beim THW abgeschlossen. Mir hat es ja sehr viel Spaß gemacht und die vielen verschiedenen technischen Aufgaben sind interessant und ich kann es jedem weiterempfehlen. Aber du kannst deinen ehrenamtlichen Dienst auch blockweise leisten. Insgesamt bist du mindestens 80 Stunden im Schuljahres ehrenamtlich tätig. Ja, also FSSJ macht mir total viel Spaß mit Kindern zu arbeiten und es hat mir auch viel gebracht und ich würde mich immer wieder dafür entscheiden, ein FSSJ zu machen. Was bringt dir das FSSJ? Zum einen erlangst du nicht nur neue Einblicke in die Berufswelt, sondern stärkst durch deinen Einsatz auch deine Selbstständigkeit und dein Verantwortungsbewusstsein. Zum anderen erhältst du ein qualifiziertes FSSJ-Zeugnis am Ende des Schuljahres. Das hilft dir unter anderem bei zukünftigen Bewerbungen. Wie kannst du teilnehmen? Aus über 200 Angeboten im gesamten Landkreis kannst du dir dein FSSJ auswählen. Auf unserer Internetseite www.freiwilliges-soziales-schuljahr.de kannst du nach deinen Interessen eine FSSJ-Einsatzstelle suchen und erhältst gleichzeitig die nötigen Kontaktdaten der Einsatzstelle. Sobald du dein FSSJ mit der Einsatzstelle abgeklärt hast, kannst du dich nun für dein FSSJ anmelden. Dafür klickst du auf unserer Internetseite einfach den Anmelde-Button an und schon wirst du zur Anmeldeseite weitergeleitet. Jetzt kannst du dich für dein FSSJ eintragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wichtig! Als Bestätigung erhältst du deinen Vermittlungsbogen dann per E-Mail zugeschickt. Drücke diesen aus und lasse ihn sowohl von deinen Eltern als auch von der Einsatzstelle zur Bestätigung unterschreiben. Schicke uns danach deinen Vermittlungsbogen zu, damit wir dich als neuen FSSJ-Schüler aufnehmen können. Und damit kannst du in dein FSSJ starten. Mit dem Stundenzettel als Nachweis kannst du am Schuljahresende dein FSSJ-Zeugnis in Händen halten. Mache dein Schuljahr zu einem besonderen Schuljahr und melde dich für ein FSSJ an. Be different and join the FSSJ!